Hallihallo, Michael Stern, Couchkonzert mit einem Titel von Michael Stern, Ich schau hinaus. Ich schau hinaus, die Welt ist kalt und grau, die Hoffnung ist die einzige, die zählt. Wo sind sie hin, die Leichte und das Blatt? Hau, es nicht zu wissen, ist was quält, es nicht zu wissen, ist was quält. Ich schau hinaus, wie die Welt sich dreht, ist denn die Richtung heute noch korrekt? Katastrophen, die man nicht versteht, was hat die Welt so aus der Bahn gekickt? Was hat die Welt so aus der Bahn gekickt? Ich schau hinaus, der Welt fehlt jede Nähe, nur Egomanen und höchstmöglicher Profit. Im Elendsmanagement, wahren Korrifäen. Die Politik verdient verwerflich mit, die Politik verdient verwerflich mit. Ich schau hinaus, die Welt scheint ohne Gott. Er prüft den Menschen damit wahrhaftig und rein. Doch das Ding hier ist schon bald bankrot. Dann wird zum Prüfen nichts mehr übrig sein. Dann wird zum Prüfen nichts mehr übrig sein. Ich schau hinaus, die Welt war einst so schlicht. In Kindertagen noch unbeschwert und frei. Zu jeder Zeit brannte da ein Licht. Ich schau hinaus, die Welt von morgen war da noch einer allein. Ich schau hinaus, eine Welt aus Einser und Nullen. Digitaler Wahn macht unsere Kinder krank. Schwimmen mit dem Strom und lassen sich ein Lohlen. Insta, Facebook, YouTube sei Dank. Insta, Facebook, YouTube sei Dank. Ich schau hinaus, die Welt hat kaum noch Werte. Eine eigene Meinung wird heute nicht gern gesehen. Schon bist du nicht mehr eine kluge Liebenswerte. Du bist plötzlich nur noch unbequem. Du bist plötzlich nur noch unbequem. Ich schau hinaus, die Welt soll gelingen. Da ist für alle und jeden so viel drin. Ich für mich als mit Götz von Berlichingen. Ich bin ich und bleib so, wie ich bin. Ich bin ich und bleib so, wie ich bin. Ich bin ich und bin ich und bleib so, wie ich bin. Ich bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020